Oh, wie mache ich das denn hier eigentlich? Super. Wenn ich mir das so angucke... Hallo? Warte auf, ich fliege jetzt mal. Ich muss doch die Lampen anmachen. Ja, genau. Warte auf, ich spinne... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Noch mehr Fackeln hätte ich mitnehmen sollen. Okay, dann muss ich ja gleich nochmal zurück. Aber nicht jetzt. Ich habe ja so hier gedacht, hier die Küche zu machen. Oh, unser Ende herfällt. Jam, 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 jam. Also wenn ich jetzt hier... Ja, genau das meine ich. Oh, kann ich mir gerade klemmen oder ich baue halt einfach... Ich hätte jetzt sonst gesagt, ich mache jetzt hier Halbstufen da drauf. Würde ich mir nochmal Halbstufen draus herstellen. Okay, dann kümmere ich mich erstmal um andere Einrichtungen. Oh, die Fässer könnte ich hier irgendwo hinsetzen, oder? Ja, das ist hier halt so. Ja, das ist hier halt so. Ja, das ist hier halt so. Ach, warte, wenn die ein bisschen außer der Reihe stehen, meine... Was soll's? Ja, Freitag hatten wir das... Also jetzt hier... Letzten Freitag hatten wir das Problem... ...dat wir, äh... ...fast, ähm... ...ja, bei mir gestrandet wären. Also ein paar meiner Kollegen, die kämen gar nicht mehr heim. Und, äh, ne? Und die Leute, die uns... ...weiß ich nicht, die uns eigentlich kutschieren sollten, die überlassen... ...überlassen denen ihr Schicksal, weißt du? Aber irgendwann hieß es doch noch, ne? Irgendwann sind die dann doch doch gefahren. Zu ihrem Glück. Weil sonst, äh... Sonst wäre aber was los gewesen, ey. Kann es ja nicht sein, wie nachlässig hier... ...die Menschen so geworden sind. Ich könnte hier auch ein Fenster... Könnten hier auch Fenster rein. Boah, genau. Hm. So. So. Auf, dass er was sieht. Nee, komm schon. Naja, und dank dem Sturm... ...hatten wir auch immer einen Tag frei gehabt. Das war schön. Leider auch zu kurz. Wie immer halt, ne? Wobei, hier kann ich... ...so jeweils an den Türen... ...an den Durchgängen so... ...ne Fackel anbringen. ...und dann hier irgendwo an der anderen Ecke des Raumes. Wobei, da kommt mir eher noch ein Fenster hin. Oh, nein. Ja. Das muss natürlich sein. So geht's eigentlich, oder? Hier noch ein paar Bilder, oder was? Boah, hier können auch noch einen Hobby-Raum hin, oder so. Ich weiß nicht. Ich kann hier schlechten Baden machen, oder? Aber Fenstern. Das geht immer. Ah, ist schon wieder Tag. Ja, moin. Und dann geht's schon wieder hin. Wobei, wenn da ein Feuer ist, dann brauche ich da eigentlich keine Fackeln hinsetzen, eher so hier. Tja, ansonsten bleibt der Raum näher, keine Ahnung was ich da sonst machen soll. Ach man, Dirk streamt, Stefan streamt, hier Warna und ich, ich nehme hier was auf. Aber hey, ist ja Endspurt, dann mache ich das auch gerne für euch. No Idee. Eine Fackel reicht hier gar zu. Da kämen die Beistelltischen hin und da ein runder Tisch würde ich mal sagen. Und da. Da könnte man doch mal den Staker Kerzen rein. Ne, dann rieche ich das doch eher so hier an. Dann rieche ich das doch eher so hier an. Dann rieche ich das doch nicht. Einfach mal sitzen hier. Boah. Der steht aber auf dem Boden oder schwebt er? Eid und Knuff. So, dann wäre eigentlich ein Küchentisch. Da kann sich hier so... Ne. Das ist im Pin setzen. Scheiße, jetzt habe ich es halt auch gesagt. Demnach müsste ich hier eigentlich auch eine Fackel hüllen, weil... Das habe ich hier so einen ehelnden Tisch überhaupt auch noch. Ja, sorry, die... Die Stühle gab es und dort sind billiger, wa? Jetzt habe ich es nicht ganz so an der Wand gestellt. Jetzt muss ich nochmal die Stühle umstellen. Dann passt es auch. So, aber warum habe ich die ganze Zeit hier die Lampen noch an? Das ist doch Tag. Das war's. Ach, ein Schilder hätte ich ja anbringen können, damit man weiß, wo was ist. So was auf wird, machen wir dann da hin. Boah, hier ist noch was hier. Genau, so eine Spinne, weißt du. Ach ja, komm. Ja komm, hier so ein bisschen besser darf es ruhig sein. Wenn ich auf Tischen tanzen muss hier. So, zack. Geht, wa? Hier ist noch ein bisschen kahl. Kahl! Aber, mal schauen, was man da so noch machen könnte. Habe ich jetzt... Ich habe keine Schränke gebastelt. Ist es denn ja... Ich muss ruhig so zurück. Ist es denn wahr? So, hier können wir noch ein anderes hin. Ja, shiny Goldbart, ja. Genau. Wer da sich dann auf die Musik bezieht. Gäbe hier noch was hin. Und da. Gäbe ich auch noch was aus. Schleichwerbung hier. Schleichwerbung für andere. Ja, komm. Das... Nee, das... Würde meine Frau auch sauer aufstoßen. Also... Das... Kann ich wissen ja, was die Musik beziehernt. Also, wenn du noch...